Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute am Morgen sind wir mit dem Wildhüter auf einem Entdeckungs-Tour. Er hat viel erzählt. Von weitem haben wir ein paar Hirsche gesehen und sogar auch gehört. Mit dem Bähnchen sind wir dann hoch und in die Rosweide. Auf dem Spielplatz konnten wir uns so richtig austoben. Dann haben wir auch ganz viel über das Moor gelernt. Und verschiedene Sachen anlängen konnten. Mit den Händen und mit den Füssen. Der Sonnetauweg ist echt cool. Auch meine Brüder und meine Eltern hatten uns richtig gefreut. Das alles hat fest Hunger gegeben. Wir sind sogar in zwei Restaurants. Mhhh, das war so fein. Das war ein super Tag im Entli-Buch.